Dieselberge, erstmals Türchen Luft geschnuppert, wie war es? Ja, mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden eigentlich, weil wir haben relativ viel Gegenwind gehabt. Von den Gegnern her waren eigentlich genau die schneller, die sowieso schneller sind. Ja, hätten wir ein bisschen schneller was erwartet, ein bisschen schneller Zeit, aber wir haben relativ viel Gegenwind gehabt, eben dadurch ist es eigentlich okay. Die Bahn war als hart bezeichnet worden, war das in dem Fall kein Vorteil für die Schnelligkeit? Nein, würde ich nicht sagen, es war einfach zwei Meter Gegenwind, für das ist die Zeit eigentlich eh okay und auch das, was man laufen kann, wenn man zwei Meter Rückenwind hat, schaut das gleich wieder ganz anders aus. Ja, aber so machen passt schon so.